Jungs, ganz los! Schatz im Seeland. Sehr geehrter Herr Pusch, ich war eine ihrer Besten, war jeden Tag im Geschäft zur Stelle und jetzt werde ich rausgeschmissen, einfach so! Unsere Besten in Kielfürox, die zwölf betrunken Ausstellungsküchen. Jetzt bis zu 70% günstiger und erweiterbar, erkennt zwar, erweiterbar, jetzt bei Puschkücher aktiv. Wir reden zurück in Landzuckerstrasse. Ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern nach und vor 30 Jahren proben. Ja, 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 wer kann nur in die Hände gespuckt, der ist bei uns richtig. Schmied und Winkling, ihre Brüder.